Pirovski Selbstbewusst und klasse! Ein tolles Tor! Aber es waren auch über 20 Meter Fahne sieht ein bisschen bedröppelt aus Fahne sind noch mal hier Der junge Jovan Pirovski Verlädt Babbel Und dann Und bei der Standortbestimmung der deutschen Mannschaft Müssen wir im neuen Jahr Wieder ziemlich unten anfangen Aber noch ist Zeit genug Das zu verbessern Aber nicht so! Sani! Nach schwerem Fehler von Jeremies 2 zu 0 Vielleicht ist Jens Jeremies da doch noch Das Lob vom weltbesten Abwehrspieler durch den Kopf gegangen Sani Der neue Herthaner Hat es durchschaut Und nutzt das konsequent Das ist also 2 Wie der Sani Wie ein aufgescheuchter Hühnerhaufen Das 3 zu 0 Der dritte Regionoyer Claudio Rehner Das war die Vorarbeit von Rehner Dann Dann